Ey Mel, ey Franzi, wusstest du, dass wir gerade auf YouTube sind und hier eine mega krasse PUBG-Folge läuft? Ne, ne. Alter, und du bist dabei und ich bin dabei und Fischi und Zulux sind auch dabei, hallo. 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 Hey, habt ihr Bock auf eine geile PUBG-Runde? Yeah. Nee, du. Ich konnte euch nicht hören, habt ihr Bock auf eine geile PUBG-Runde? Yeah. Ja. Das funktioniert nicht mit dir, ich brauche neue Mitspieler. Und Mel, sorry, wir können das auch muted machen oder ich, es ist nur, du musst mir nur sagen. Okay, alles gut. Wenn das zu viel wird, weil es passiert jetzt jede Folge, also jede Runde. Also jede Folge? Jede Runde gibt es eine Ansage. Okay. Aber Mel, vielleicht kannst du ja auch mal eine coole Ansage machen. Ja, aber das ist ja nicht. Nee, da bin ich ganz schlecht und. Ich auch, ich kenn das. Da bin ich immer ganz schlecht drin. Ich bin dann immer so nervös, weißt du, und dann kommt der Außengeländer in mir durch und dann mach ich komplett alles kaputt. Okay, cool. Man kann hier gar nichts kaputt machen. Doch, du hast ja gerade gesehen, Franzi hat mich kaputt gemacht. Das stimmt. Gar nichts hat ich gemacht. Gar nichts. Erinnerst du dich an die Folge, wo Franzi dich smoken wollte? Und dann aber Nate geworfen hat. Ja, aber warum machst du das denn? Weißt du, wie die heißt, die Folge? Erzähl. Die hast du nicht hochgeladen, oder? Haben wir noch Smokes? Keine mehr? Keine mehr? Ohne, du musst ja den Lick schicken. So heißt die Folge. Keine mehr. Keine mehr. Keine mehr. Und man muss auch sagen, eigentlich 90% ist schicken, denn das gehört Kai eigentlich. Nee, Moment, nein. Das, oh, warum sagst du das? Ich erinnere mich wieder. Das war die Runde, wo ich fast 2000 Damage hatte und dann nicht mehr die hatte, weil... Du Lux, ich hab dich ganz doll lieb. Upsi, das war der Nate, das war der Nate. Oh, der Clip ist aber auch witzig, oder? Von beiden Seiten. Ich hab vorhin den Spoken aber in der Hand. Und dann hatte ich die plötzlich nicht mehr in der Hand. Das ganze Spektakel ist eigentlich sehr witzig. Du siehst dieses komplette Zerstörtsein bei mir. Ich kann's halt auch nicht verstecken. Ich bin halt wirklich... Man sieht es richtig mir an. Einfach alle Emotionen, die ich habe, sacken so ein. Dö. Dö. Ja, ist halt so dö. Also einfach so ohne Scheiß. Emotionslust und einfach keine Ahnung, was passiert. Und Franzi geiert sich so einab und stirbt deswegen. Und das war halt eigentlich das, was mich noch sauerer gemacht hat. Anstatt, dass sie in die Smoke geht, sie lacht sich ein kaputt und springt irgendwie dahin und her. Verstehe ich. Und stirbt deswegen. Verstehe ich sehr gut. Das war auch so geil. Genau so muss man das machen. Ich fand das auch lustig. Anstatt in der Smoke zu bleiben, sie rennt weg. Ich fand, die Situation hat mich richtig mitgenommen und überfordert. Ich war komplett außer mir. Ich konnte es auch nicht mehr, da konnte ich es nicht mehr verstecken. Aber man kann ja, man kann ja wartet. Franzi hat ja gestern was Schlaues gesagt. Wenn man so, weißt du, man kann ja die Sachen wegstecken. A la Granaten und so. Warum hast du das nicht gemacht, Franzi? Hä, sie wollte dich doch, sie wollte dich smoken. Ach ja, stimmt. Ja, das macht dann auch keinen Sinn. Also, das ist auch total nachvollziehbar. Ich habe letztens auch aus Versehen eine Nate geworfen, weil ich dachte, ich habe mehr Smokes. Weil von der Smoke, wenn du die letzte Smoke wirfst, wechselt er ja automatisch auf die HEs. Ja. Deswegen, ich hatte auch noch Rechtsklick aktiviert. Ich hatte auch noch ein 8-fach. Weil ich dachte, mit Rechtsklick smoke ich dich jetzt schön. Aber war nicht so. Ja, passiert. Ich habe es ja schon überwältigt. Überwältigt? Absolut. Ja, du. Also, 24 Stunden habe ich definitiv dafür gebraucht. Okay. Ich habe schon ein bisschen geweint. Ja. Ja, ja, doch. Übrigens, hier war wirklich irgendwo Gegner sehr close. Ich glaube auf Rot. Die könnten schon irgendwo bei uns in der Stadt sein. Nur als Info. Nicht, dass ihr euch hier sicher fühlt. Info, Schmimfo, sage ich immer. Sagt sie wirklich immer. Immer. Schminket, schminket. Wann gehen wir eigentlich? Gar nicht. Müsst du mir irgendwo hin? Gehen, schmähen, sage ich mal. Okay, das reicht. Okay. Jetzt wird es wieder zu Matsch. Worauf schießen wir? Das ist der Gli. Das wart ihr gar nicht. Der ist hier schon. Auf Geld. Ich habe euch doch gesagt. Jetzt beruhig dich. Hier. Hallo. Wie er nicht stirbt. Wie er nicht stirbt. What do you mean? Oh, genau ist er. Wir sind schon in unserer Stadt. Zwei Leute mega low. Auf meinen Marker einer. Scheiße. Nee. Oh. Okay. Oh. Ich bin auch tot. Einer hat zwei jetzt hier drin. Sehe ich. Ach, VG. Doch nicht dein Ernst. Er gibt mir blind. Hier ist einer drin. Achtung. Der geht nur auf Flasch. Nein, bei Zulux habe ich hier so einer auf grün. Alter, das gibt es nicht. Ich muss 20 Minuten nachladen, die Waffe. Einen drin. Zack. Der andere ist hier im Haus. Hinter, der ist dahinter. Habe ich? Zack. Nur noch einer aktiv. Der rennt dahin gerade. Der ist hinter Menschen. Hinter Menschen, Mel. Nein, nein, nein. Pass auf, der ist hier. Auf meinem Marker. Orange, oder was? Ja, ja. Der wird da kommen. Ist entweder der im Haus oder der kommt raus. Der ist rausgekommt. Hinter mir. Habt ihr jetzt, aber hinter mir ist ein neues Team. Ah, shit. Von Bootyard. Scheiße. Franzi. Bootyard. Ich komm nicht mehr. Ja, fick doch, die Waldfee. Oha. Ich kenne nur Holla, die Waldfee, aber fick doch, die Waldfee ist auch nicht schlecht. Oh, du hast einen Transmitter, warum sagst du das nicht? Ja, das wäre geil, weil dann kannst du alle drei gleichzeitig holen, aber da ist ein Team schon richtig close. Wenn ich gerade ist gestorben bin, deswegen habe ich es noch nicht gesagt. Ich wollte dich nicht anschreien. Fisch, du solltest dich verstecken, gar nicht zeigen. Ja, du bist ja super gefährlich, die waren nämlich im High Ground da. Aber Fisch loutet das mal eine halbe Stunde, lieber. Rechts von dir, Fisch, rechts, Bro. Yo, Alter. What the fuck? Wilder Move. Oh mein Gott. Es fehlt noch der Chip von Mel. Ja. Das wissen die auch, wo der ist. Die kleinen Kisten-Ecken haben mich gefinisht. Zurecht, danke. Zurecht, danke. Mhm. OK. Das war's. Nur als Info, du könntest uns jetzt zurückbringen und wir landen auf Rossock und holen dann Mel auch direkt. Anders seh ich das grad nicht. Weil die Transmitterstation ist direkt bei uns. Nee, nee, ist nicht zu spät. Nee, nee, alles gut. Passt. Wir kommen genau jetzt an. Und ich lande direkt. Wir müssen da wieder landen, Franzi. Ja. Ich schwöre, wenn du zwei Minuten überlebst, sind die tot. Ist das ein neues Team? Nee. Einer ist hier an der Wall. Ich markier's hier. Warte. Schlecht mal. Da. Perfekter Marker. Überlebt. Einer pusht dich hier von der Wall. Stark. Ich war blind. Ach, scheiße. Aber einen hab ich noch geholt. Aber der wird jetzt wieder hochgeholt, glaub ich. Wäre ich nicht blind gewesen, wären die alle tot gewesen. Scheiße. Ach. Ist noch nicht vorbei. Fanzi, sag mir, wenn du... Ansatzweise ready bist, nur als... Ich bin ready. Das heißt, was hast du für Waffen? Äh, M16 und SCAR. Okay. Ich suche gerade nur nach einem Scope. Äh, hier ist ein Tierfahrt. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. So, ich bin jetzt auch ready. Warte. Okay. Hinter mir. Okay, die sind nach oben gepusht. Die sind nach oben gepusht. Das ist super geil. Du kannst auf Fisch seine Leiche gehen. Die sind komplett hier oben. Geh auf Fisch seine Leiche. Ich glaub, das sind die nicht. Einer hatte eine rote Jacke an. Doch. Nein, nein, das sind die. Ich hab den Teamnamen gesehen. Bleib ruhig. Okay, ja, das ist der mit der roten Jacke da rechts. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die haben jetzt einen noch gegen sich. Kumpel du dich bitte um die Chips. Ja, ich such gerade. Ich weiß nicht, wo. Redet mal mit ihr. Sagt ihr, wo die Chips sind. Äh, meiner ist da vor dir. Ich weiß nicht, ob es das Haus ist. Das ist da recht. Das hier. Nee, ich glaube, das hier. Ja, Treppe hoch. Was habt ihr davon? Ja. Und Melli, ich glaube, ich draußen. Rechts, gehen wir rechts lang. Auf dem Hügel. Genau, also auf dem Hügel Richtung Solux. Ja. Grob, grob. Da holt er seine Mates zurück, glaube ich. Ja. Ja, holt er jetzt gerade. Da melde ich dich vorne. Da oben. Das ist nicht schlimm. Ich klau deinen Scope-Mail. Ja, ja, mach das. Hier ist einer vor mir schon. Franzi, du bist eine Perversität. Dann das auch unter mir. Komme. Down. Stark. Nee, Franzi, du stark. Ich muss mal melden. Ich bin stark. Wirklich stark gerade, ehrlich. Du hast gerade meinen Arsch gerettet. Mit einer Ska. Das war schwierig. Du hast alles wieder gut gemacht. Den ganzen Scheiß. Weiß ich noch viel, wie lange. Sorry, der musste sein. Okay, ähm, wollen wir jetzt auch da hoch zum Wiederholen? Äh, hast du alle Chips? Ja. Okay, nee, wir können da nicht hoch. Noch nicht. Ich hatte die ganze Zeit keine Hose an, Leute. Ich auch nicht. Vielleicht soll ich eine Hose anziehen. Nee. Das zieht ein bisschen um die Füßchen. Um die Füßchen? Um die Beinchen. Ich ziehe meine Hose an. Wird sicher nicht da hoch. Ich habe meine neuen Laufschuhe bekommen. Schau mal, WhatsApp. Die fahren weg. Das ist unser Momentum dann. Ja, ja, ja. Ich renne hoch. Mach das. Hier ist zu steil. Was ist zu steil, sagst du? Hier ist zu steil. Mann. Scheiße. Nee, Mann, nee. Okay, du machst das. Und ich gucke nach einem Auto für uns. Na klar. Guck mal, Fisch. Habe ich doch gesagt, ist noch nicht vorbei. Noch nicht vorbei. Ich bin jetzt nicht mehr da. Anziehen die ganze Zeit. Ja, wir haben es richtig knackig gemacht, die Franzi. Das ist halt eine gute Folge auch, ne? Aber alleine da hoch zu gehen, das war jetzt ein bisschen mutig. Oh Mann. Jetzt rand sie sauer auf mich. Oh, nee, sorry. Was denn? Was? Ich war gerade gemutet. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Was hast du gesagt? Nee, ich habe nichts gesagt. Ich habe ein Auto für uns. Hast du? Hansi, sag mal, hast du was? Du hast ja alles einfach. Ja, ja. Was hast du noch anzubieten? Ähm. Christina! Der Brüste aus. Brüste habe ich auch. Manchmal. Hä? Hä? Kannst du die so abgeben? Hä, heißt die nicht eigentlich Bettina? Nicht Christina? Ja, das war so ein Gag hier gerade, weil eben, weil. Jetzt kam eine Christina. Oh, ich habe völlig schön Schuhe bekommen gerade. Oh. Das Radio war schon. Aber ich jetzt einen Halbmarathon laufen werde. Oh, ich komme ja schon wieder. Ich komme ja schon wieder. Ach du Scheiße. Hier oben oder was? Yo, was? Wo? Yo, oben oder wie? I don't know. Geld, I guess. Nee, da sind ganz viele Autos. Da sind ganz viele Autos. Da sind ganz viele Autos. Ich gehe auf Neugeld. Dann Ruinen, I guess. Ruinen, Ruinen, Ruinen. Ruinen. Oh, da sind Gegner vor uns, Franzi. Ja. Ich riskiere die Kirsche. Ich glaube, da ist keiner hoffentlich. Oh, da war da gerade einer drin. War ich das gewesen? Oh, na. Was? Oh, dieses Spiel, ey. Franzi, wir haben, also wir können euch gerade gar nicht helfen, by the way. Mhm. Ja. Wir sind schutzlos und mutzlos. Ja. Oh. Okay. Wir haben hier ein Auto, Fischi, by the way. Mhm. Upsi. Das war ich. Was? Aus Versehen. Nee, ich habe kurz geschossen. Oh. Hier ist ein Notfall, Ding Si Dong Si. Hier fährt gleich ein anderes Auto nach oben. Ich flog Ding Si Dong Si, Franzi. Ja, ja. Ja, ja, alles. Alles, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe einen Geheimschlüssel. Machen wir den noch? Wir sind im geheimen Raum schon drin. Autos kommen, Franzi. Oh, komm, ja. Wirst du hier vorbeifahren? Fischi? Ich habe, danke. Okay. Fischi. Machen wir das Auto? Oh, ich bin mit rein, Franzi. Fischi? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, dann... Franzi, mach... Franzi, wie? Das sieht man auf, bitte. Jetzt auf, wenn du scheiß, Franzi. Ich schwöre, wenn du gleich die Tür zu machst und ich reinrennen muss wie so ein... Esel. Meines Kind? Fischi? Ja, hallo? Bist du ready? Weil ich kann jetzt nicht da durch die Ruinen fahren. Ja, ich komme... Großartig. Weil die Zone kommt da auch. Da hinten, ja, ja. In Phase 4 halt, ich habe kein Healing. Oh Gott. Ja, dann fahr immer schon mal voraus. Oh, oh. Ja, okay. Okay. Ihr könnt direkt zu uns fahren. Bei uns ist es frei. Ja, ich muss Fischi ansammeln. Ich kann auch fahren, wenn du willst. Ich habe eine Beste. Das ist nicht gut. Oh Gott, hier ist ein Auto. Ist hier auf meinem Marker gewesen, Franzi? Und zuuuh! Komm rein, komm rein. Der hat Hits links. Okay. Wir müssen irgendwie das Auto sicher... Könnt ihr das Auto hier hinter dem Auto stellen, damit die Reifen sicher sind? Weißt, wie das... Genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Noch nicht zu weit. Da war einer. Seid ihr hier drin gewesen schon? Warte, ich muss mal gucken hier. Ist noch ein Loot drin. Oh ja. Wir machen unsere Reifen kaputt. Ich kann es leider nicht. Wir müssen... Wir müssen eigentlich schon fast fahren. Auf Rot. Irgendwie. I don't know. Oh, die haben die Reifen kaputt gemacht. Nein, 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 haben die nicht. Die machen nur falsche Auto kaputt. Ich habe das Auto safe gestellt noch. Oh, geil. Aber ihr müsst jetzt reinkommen. Wir müssen jetzt fahren. Okay, ich komme. Ich komme. Aua. Oh, Schieß. Ich bin drin. Falsches Auto. Falsches Auto. Fisch. Ja. Ich bin so low. Hing das hin. Da ist nur für links die Donxi gewesen. Wieso haben wir das nicht benutzt? Ja, aber der funktioniert nicht mehr. Oh Gott, ich werde schärmen. So Glück hinter uns waren gerade auch welche, ne? Ich habe keine Blendies mehr. Das ist ein Bot. Das ist gut. Das ist ein Bot gewesen. Sehr gutes Zeichen. Ich halte circa... Wir haben keine andere Playground. Es ist super gefährlich hier. Über uns sind welche. Markiert. Hat Headshot. Parteilt euch ein bisschen. Genau. Ihr müsst Smokes werfen. Ihr müsst Smokes werfen. Wir müssen nur ein bisschen überleben. Der eine ist nach rechts gelaufen, irgendwie. Ich habe noch vier Smokes, Fischi. Ach ne. Ich habe nur eine. Kannst du mir Smoke geben, eine? Danke. Ich smoke uns wieder nach rechts ab. Alter. Die werden gleich Probleme bekommen, weil die runterlaufen müssen. Die können da gleich nicht mehr oben stehen. Ihr auch aber nicht mehr. Ich höre ein Auto rechts. Da laufen Leute auf uns zu, auf Open Field. Knock, der ist knock, der ist knock. Ich muss nachsmoken. Kannst du mir, kannst du eine Smoke werfen hier? Hier ist eine Smoke, wo ich bin, in der Smoke. Und rest nicht ganz. Ja, mache ich gerade. Sehr stark, Mann. Sehr, sehr stark. Flush. Stark. Geil, geil, geil. Wann das jetzt? Wie viele Smokes habt ihr noch? Wie viele Smokes habt ihr noch? Wie viele Smokes habt ihr noch? Zwei. Ich habe gar keine mehr. Gib mir noch eine, Mel. Gib mir noch eine, Mel. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Okay, wir müssen uns... Hört mir zu, hört mir zu. Wir müssen uns zu den anderen Smokes. Hinter uns. Geh wieder in die Smoke rein. Müsste wieder safe sein. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Du musst ihn. Ach, danke. Ich hebe auf, ich hebe auf. Wir müssen dahin. Ich habe keine Smokes mehr. Ich habe gerade noch gesmockt. Wir haben 40... Ich habe noch gesmockt. Ach, fuck. Von oben. Ich bin down. Einen von denen habe ich knock, aber von oben. Die waren uns gerade aggressiv gepusht. Ich glaube, bist du dann leider gestorben. Ja, aber ich den einen ab... Ich habe die gehalten, die waren direkt vor uns. Die sind direkt bei euch. Die haben aber auch nicht mehr so viel Playground. Hä, haben die den jetzt gerest? Nee, haben die noch nicht, haben die noch nicht. Der ist vor mir am Baum. Ja, genau. Ach, da. Oh mein Gott, direkt vor uns. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Ich dachte, weiter weg. Kann ich gerade nicht holen, Franzi. Oh Gott, die Zone auch noch jetzt. Ja, ja, lauf einfach. Lauf. GG, Mann. Warum sind wir immer auch als Zwischenallen? Ja, das... Warum schießen fünf Teams auf uns, aber mal nicht gegeneinander? Das frage ich mich gerade auch. Die haben wirklich nicht aufeinander geschossen. Die Oberfahrer auf uns. Die sind ja auch deswegen gestorben gerade. Also das Team, was uns die ganze Zeit gehalten hat, ist gerade deswegen gestorben, weil die sich auf uns fokussiert haben. Anstrengend. Mann, 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 Mann. Aber lustige, gute Folge. Hallo. 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 Vielen Dank.